Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs auftanken. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Tankt auf, tankte auf, hat aufgetankt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich tanke auf. Du tankst auf. Er tankt auf. Wir tanken auf. Ihr tankt auf. Sie tanken auf. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich tankte auf. Du tanktest auf. Er tankte auf. Wir tankten auf. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe aufgetankt. Du hast aufgetankt. Er hat aufgetankt. Wir haben aufgetankt. Ihr habt aufgetankt. Sie haben aufgetankt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich tanke auf. Du tankest auf. Er tanke auf. Wir tanken auf. Ihr tanket auf. Sie tanken auf. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich tankte auf. Du tanktest auf. Er tankte auf. Wir tankten auf. Ihr tanktet auf. Sie tankten auf. Den Schluss macht der Imperativ. Tanke auf du. Tanken auf wir. Tankt auf ihr. Tanken auf sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb auftanken. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Mal.